Hallo Leute, hier ist der Sebastian bei Kitttube, der Kanal von Kinder für Kinder. Meine Leute, heute sind wir in Rattenberg in Österreich und wir fahren hier in den Urlaub. Und da will ich mal ein bisschen so zeigen, wie das, also was ich so mache, im Auto, wo ich überall hinfahre. Und heute sind wir in Rattenberg. Letztes Video waren wir wieder in Rambazamba und in Rattenberg wohnte mein Opa. Und ja, ich zeige euch mal das Haus. Viel Spaß dabei! Aber lange Gerede, gar keinen Sinn. Und dann, wir gehen einfach mal zu Opis Haus. Müsste irgendwo da hinten sein. Tausend Meter. Jetzt müssen wir um die Ecke gehen und da oben, das oberste Fenster, da wohnte man es. Wollen wir eigentlich mal reingehen? Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Nee, da oben, das steht da. Ich weiß ja. Also jetzt gehen wir da mal rein. Ja. Oben, ne? Genau über uns hat er gewohnt. Also. Also. Tata. Da ist der Ärger. Ich bin so froh. Was? Bisschen einpacken? Nein. Nicht einfach. Sieht, du machst jetzt, oder? Dann geht's zum Abschnappen. Zeig, das ist gut. Aua! 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 Hi Leute, hier ist wieder... Hi Leute, hier ist wieder... Hallo Leute, hier ist wieder... Heiss ich nochmal? Hallo Leute, hier ist wieder Franz bei... Kidzjub! 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 Hallo Leute, hier ist Dieter Franz bei Kids Tube, der Knall von Kinder für Kinder. Mal Leute, heute sind wir bei Rattenberg. Und besuchen meinen Opa. Ich meinte Sebastians Opa, aber ist auch meiner. Bist du beknackt oder was? Also hier in Rattenberg ist es echt schön und ja, fahrt ihr einfach hin, das lohnt sich. Da kann man sich so eine Ziege oder Papagei oder eine Eule davon kaufen und so. Und ich frag mal meinen Franz, ob es ihm das auch gefällt. Gefällt es dir denn hier auch? Warum gefällt es dir denn hier nicht? Oh, du bist so süß. Also, es lohnt sich hier hinzufahren und es ist auch in Österreich schon weit weg von Deutschland, aber es ist toll. Und ja, man kann hier vieles entdecken hier in den Rand. Ratten, hat ein Dings da oben, das ist überall. Rattenberg. Rattenberg. Entschuldigung. Also, wenn ihr auch mal in Österreich fahren wollt, na, fahrt wollt, nach Rattenberg, Tirol, dann, ja, fahrt da einfach mal hin, wenn es euch gefällt. Und da oben ist die Rattenburg. Da hat, glaube ich, immer mein Opa gespielt, ich weiß nicht. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, kein Dislike und abonniert meinen Kanal und tschüss. Und tschüss. Wenn ihr auch mal Lust habt, hier hinzukommen, dann geht doch mal in Österreich, Rattenberg, Tirol. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Also, jetzt gehen wir da mal rein. Jetzt müssen wir in unsere Ecke gehen.